moin leute willkommen bei green hell wir spielen ein neues spiel wir sind komplett der budu der andy der machi lauf nicht weg und ich tutorial haben wir alle überstattet mehr oder weniger leute geht an eurer arbeit echt der lungert hier nicht rum wie geht keine ahnung ich baue ein häuschen geht ab die maus bist du besoffen vielleicht vielleicht ein blutegel oder so keine ahnung ekliger blut ekliger blutegel aber nicht mal das trocken ist der media erst mal alles einsamilieren kommt nicht klar ist genau da war nur so einen millimeter wo man das hinstellen konnte zu gucken also quasi eine eine penislänge war nur frei ist das nicht gerade zum ersten mal betrüger betrüger eiskalt ich muss auch mal gucken wie das hier geht kuchen lecker kuchen lecker ja gesagt ok cool ich war erst ich sehe schon der erste stunde kokosnuss ich habe schon drei kokos desselben läuft bei euch läuft ähm ich krieg erstmal die ecke fertig wo du dein verwendet ja ich müsste mal kurz kommen da geht jetzt noch nicht so wichtigste wasser mein vierten langen stock hast du sehr benutzt um den sperr zu machen kann er sein wollte ich machen aber geht nicht habe ich ich habe keinen stein sperr gemacht aber warum nicht kommst du doch aus dem normalen sperr ich habe eine jahre nicht gehabt hey brauchst du doch gar nicht doch brauchst du für den steinsperrer brauchst du den steinsperrer für den normalen sperrer normaler sperr stinker normaler ist scheiße besser als nix einmal im angesicht des jaguars da bist du froh wenn du den steinsperr hast ja soweit sollst du ja noch gar nicht rennen ja aber der kommt ja einfach habe ich gehört wenn man weit genug rennt bestimmt da gehört da so dann brauchen wir als erstes ich hole jetzt den ersten jaguar her ist okay für euch ja ich dann direkt los ins verderben ne aber heilpflanzen brauchen wir auf jeden fall kill ihn einfach mit dem stock jo ja heilpflanzen eine axt ist irgendwie ein stein und zwei steine ja das ist dieses stein keil ding das habe ich aber nein nein zwei steine der stock keil ist falsch weil dann baust du eine spitzhacke genau du musst zwei normale wenn ich zwei normale steine nehme dann macht er eine steinklinge da draus aber ich will den axt ja stein und doch genau stock und seil zwei steine stock und seil genau so ich höre eine schlage von cool frankfleisch sehr lecker mit einer hülten habe ich gehört krass die sind gewiss glaube ich ich höre die nämlich nur ja sie zu dass du dich nicht äh warte mal ich bin grad lost unter dem schrägtach kannst du das machen ja ich mache es nicht ganz unter dem schräg dann ja warte mal das ist scheiße wenn du noch seiler hast dann kannst du die jetzt machen ich so reichst du jetzt bei meiner tasche ne habe ich nicht gesehen war einfach nur weil wir da gerade zwei seite brauchen wenn wir das fertig habe ich selber zwei gefunden war gut aber ich habe viel mehr seite mäßig gerade aber reicht trotzdem ich habe es noch erst mal ein verband machen ganz wichtig ich frage mich nur grad wie kann ich diesen stein kreis erlernen hast du stein überhaupt schon aufgehoben ja hast du den schon klein gemacht ja das war vielleicht erst mal ein normales feuer machen oder so wäre echt doof wenn das so ist aber eigentlich ist es auch egal wenn wir drin aber du kannst auch ruhig ein kleines feuer machen oder zwei und die schon mal anzünden wir brauchen eh die asche die da rauskommt später das sind echt schöne pflanzen so der erste tag steht ich hoffe man kommt dann hier auch jetzt so vorbei nein immer wieder nicht das ist so weit ich habe jetzt extra weiter oder kommt man von anderen seite da rein auch nicht da ist vor allem fatal wenn das feuer an ist ne ja abbebrennt man sich ja glaube ich nicht doch doch dann hast du nämlich so eine wunde wie beim fallen tatsächlich ah stimmt hast du eine stockklinge ja ist schon fähig ja dann könnte ich ja weiter machen was denn hast du holz und so naja was musst du für ein holz ah sehr gut es ist freitag der 16. dezember nicht der 13. zu bleiben ich habe das wo jetzt gesehen äh auf der uhr ich habe doch glaube ich noch nie in dem spiel eine kokosnuss gefunden aber das sind diese grünen runden dinger die manchmal rumliegen müsste ja ah ok ah ach was ist das so und äh trockenes blatt hier genau gibt nur eins tschüss das sieht jetzt komplett aus da ist eins da da ist eins da eins reicht erstmal dieser die at dem der 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 er Zwei. Ja, Mann. Ich bring einfach mal alles mit, was ich finde hier. Sowieso. Du verläufst dich nicht wieder. Nein, ich verlaufe mich nicht, aber ist gut. Sascha verläuft sich doch nicht, Mann. Das war noch nie in keinem Spiel passieren, ne? Nein, nein. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich davon hätte berichten können. Ich habe Feuer gemacht. Hopp. Nice. Ich habe so eine Schlange erlebt. Ich brauche Fleisch, Alter, für Fleischsuppen. Na, hab den Speer, ich kann mal Fische fangen. Will jemand einen Papagei haben? Ich habe meinen Warte, kann ich den gleich geben. Ja, vielleicht in mir, aber einen langen Spock. Reicht ja so ein Holz, den reicht. Ja, das stimmt auch. Was hast du, Sascha? Ähm, fand es witzig, dass du Andi deinen Speer geben wolltest. Dann wollt ihr mir in die Hand drücken. Aber ich habe auch gelegt. Äh, einfach so alles random sammeln, ist übrigens auch nicht so doll, wenn wir die Sachen vergammeln auch im Winter. Ja. Yes. Ich habe auch ganz viele Bananen gesammelt, deswegen. Ich glaube, die vergammeln nicht so schnell wie die Pilze und so. Wenn man die sammelt. Echt? Willst du vergammeln auch? Ich habe auch ein paar gesammelt. Ja, ja. Aber es ist die Frage, die wir alle geben. Es steht ja auch dran, wie lange die halten. Es hat die Frage, ob das nicht vielleicht auch, wie ihr anderen Spielen dann teilweise sinnvoll ist, weil das für Medizin oder so brauchst, vergammelte Sachen zu haben, ne? Ich bringe euch mal mit von dem Kadaver. Ja. Das ist nett. Ja. Für euch nur das Beste. Danke, Brudi. Kein Ding. Kein Ding. Wir brauchen einen dicken Balken hier unten. Warte, warte, ich komme. Ich mache nochmal Eiche. Eichel? Habe ich verstanden. Habe ich auch verstanden. Welche? Nur einen. Wir brauchen die Seile, um nachzuwachsen. Keine Ahnung. Ich bring euch Seile. Komm her. Ich habe echt viele. Du kannst ja hier abgeben, oder? Ich droppe die einfach, oder? Ja, komm. Schuss aufmachen. Alter, schmeißt mir die noch nicht ins Gesicht direkt. Hier. Hier. Was war's? Ich habe mal mehr, aber ich brauche auch ein paar, glaube ich. Ja. Irgendwie so. Warte mal, ich war falsch. Ich muss mal einen Bogen bauen. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wie der ging. Braucht man auch ein Seil auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Oh, und ein Stock gibt eine schwache Fackel. Ja. Steil und socke. Gepfackel ist klar. Ich esse erstmal eine Bananen. Achso, ich habe Fleisch dabei. Ich komme mal mit. Du hast hier oben irgendwie Feuer gemacht, Alina. Fleisch dabei. Ich stoppe hier Fleisch. Achtung. Warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das aufheben kann. Lass mal oben machen. Ja, okay. Ich habe auch gerade Fisch eingesammelt. Okay. Dann... Gibt so eine Kiste oder sowas? Gibt hier noch lange Stöcker? Ne. Hier drop ich das Fleisch jetzt mal. Also Rokos ist zu klein. Ne, lange Stöcker. Hier ist noch eine unbekannte Blume. Ein paar Larven. Vielleicht kannst du damit was machen. Unbekannte Nuss. Unbekannter Pilz. Unbekannter Pilz. Mehr unbekannte Pilze. Noch eine Made. Geil. Eine Made, Alina. Die sind auch so gelbe Pilze an dem Baumstamm. Boah. Oh. Ich habe Kräuter gegessen. Die waren aber nicht gut. Ja. Müsst ihr jetzt mal fett abkotzen. Ich wollte testen, ob die gut sind. War aber nicht. Ja. Muss aber auch mal sein. Richtig. So ist der Anfang vom Ende. Ja. Ein Seil. Sascha. Pack das Seil da hin. Ich glaube so. Warte. Warte. Hier. Warte. Hier. Hier. Okay. So Leute. Mittagspause. Hier für Budo. Mach ich. Ja mal. Ja mal. Und wann im Meer? Oh geil. Du kommst als nächster. Wer nix leistet, kriegt nix zu essen. Danke. Der war voll fleischig. Danke. Oh warte. Hier Andi. Kommt doch. Beste kommt doch zum Schluss. Oh ja. Ich habe noch Papagei. Oh der zeigt mir aber an, dass das... Hier Andi. War das noch nicht gut oder was? Nice. Das war nicht gut. Weiß nicht. Ich habe jetzt unten links so eine Magenanzeige. Das ist bestimmt gut. Ich nehme unten links ein kotzendes Männchen. Sei froh, dass du dann nur einen Magen hast. Da ist ja wirklich... Das Ding kann ich nicht aufheben. Kann jemand anderes nehmen. Kokosnusspidon? Hab ich schon. Kann erscheinen. Du musst loslassen. Ich habe auch schon mehrere drin. Ich habe nicht. Kann es nicht steht in Verwendung. Jetzt. Aber was mache ich damit? Ich habe das Wasser auffüllen. Zerstören? Oder muss ich ganz lassen? Genau. Ganz was. Indem du es zerstörst. Ja. Wie nehme ich das in die Hand? Hä? Du musst das zum Wasser gehen zum Beispiel. Und dann im Inventar auswählen. Genau. Und dann kommt da so ein Symbol. Bin ausversehen eingeschlafen. Alter. Du stehst das gleiche weg, weil du die ganze Zeit ausversehen irgendwo draufklickst. Warte. Ich stehe am Wasser. Ich kann das nicht. Hä? Was willst du denn machen? Ich will das. Ich will das auffüllen. Nimm das in die Hand. Nimm das in die Hand. Halt das übers Wasser. Und dann kommt da so ein Symbol. So ein Punkt. Wo du es hinterlässt. Okay. Jo. Danke. Aber immer noch kotzen das Männchen mit Symbol 3 dran. Dicht blöde. Klingt gut. Na. Und jetzt kann ich das hier drauf stellen dann ne. Also wenn es frei ist. Kann ich mir so eine Suppe gönnen? Geht bei dem nicht. Hm. Kannst du. Nice. Danke. Jetzt mach mal Wasser da rein. Meine Uhr sagt geht mir schon viel besser. Äh. Obwohl. Ja doch. Ich hab ja nichts. Gibt das Wasser da rein. Bananenblätter. Jetzt wieder Stöcker hier. Bananenblätter. Ja. Lange Stöcker. Alles wieder. Alles. Wir brauchen alles. Alles. Gib mir alles. Ja ich hab bei einer Seite Bananenblätter gemacht. Mach bei der anderen Seite auch noch Wasser rein. Ja ja. Zu viele von den Palmen ummachen müssen. Du hast ja quasi vier Portionen. Ist das die Banane? Krass ey. Jetzt sind die glatten Blätter ja. Hier das ist Banane. Hier bei mir. Ja hier ist auch Banane. Ja hier ist auch Banane. 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 Ja die Fischsuppe. Oh ich muss grad noch mal kotzen. Mach mal. Vor allem in die Fischsupperei. Ja. Richtig bescheuert fängt der auf einmal an. Ich trink mal sowas. Hm. Ja ich glaub wenn die erste Nacht rum ist dann geht's meinem Blut besser. Ja. Isst du mal lieber die Suppe. Du hast da anscheinend viel Verlust an Flüssigkeit. Ja das stimmt. Vielen Dank. Ich fülle wieder Wasser rein. Ja. Waschen gehen. Ist vielleicht noch ein zweites. Hä? Feuermachen oder so. Ein Dreck abgekloppt mit den Egeln. Ähm. Bekannter Pilz. So. Was liegt denn noch mehr rum. Bodo Bananenblätter oder. Äh. Umlegen tut nix mehr. Boah da war Deguan. Ich meine in Umgebung was ist noch mehr da. Ja. Aber habt ihr irgendwie ein Symbol wenn ihr euch waschen müsst oder. Ja ist so ein Dreck Symbol. So ein Dreck Symbol. So ein Dreck Symbol. So ein Dreck Symbol. Ich trinke jetzt mal die Pilz Suppe mit unbekannter Wirkung. Gönn dir. Ist bestimmt lecker. Kannst du auch. Alles gut. Echt? Ja nice. 15 Kult. Und die andere. Ah ne das war die eine. Ja ok. Aber die ist eigentlich. Ich drop hier ein paar Bananen. Alles gut. Klop dir ein paar Bananen ja. Oh ich kotze grad noch mal da drauf. Der fängt immer im ungünstigen Augenblick. Aber die Bananen könnt ihr selber essen. Ich hab so viele deswegen. Ich hab auch viele. Ich hab mehr. Ja ok komm ich jetzt. Ich hab mehr. Nehme ich halt wieder die Bananen mit und ess die direkt. Aber ich hab auch direkt wieder Hunger weil ich grad gekotzt hab. Ah ist das widerlich. Ja. Ja ok komm ich jetzt. Schade ist das man die Bananen. Keine Bananen so. Ey lass mal hier. Das Haus fertig bauen. Damit wir die Nacht überspringen können. Wir haben nicht grad ein Problem. Ich geh zur Seite. Ich kann. Wir müssen die Dächer fertig machen. Weil sonst kann ich vorher nicht. Den Boden scheiß da weg kloppen glaube ich. Der Boden scheiß. Ja da sind Blätter am Boden. Und die kann man nicht weg machen. Dann kann ich da keine. Dings hin machen. Wie hab ich denn den Bogen ausgewählt gehabt hier. Natürlich nicht. Hallo. Was hier rein tun. Hallo. Ist doch noch nicht fertig. Hallo. Handbohren an den Bräuchern. Lehmdusche. Das mal. Du musst ja mal. 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 So ein Feuer das ist schon sehr schön ne. Das macht schon. viel aus. Kann sein wo du willst. Aber wenn so ein Feuer da ist alter. Dann ist alles gut. jetzt in der wüste bei 50 grad im brennenden haus ist vielleicht nicht so cool ja ja aber da bist du ein fackel oder so nicht so fast neben seil und reicht wenn du die suppe das problem ist jetzt hat mir immer noch den magen an und ich bin eigentlich sagt es ist aber auch viel flüssigkeit das dahinter nicht hier vorne ja ich habe gesagt ich bin ich habe die ganzen total hoch ist dann nicht glaube ich zu satt okay das ist jetzt jetzt geworfen f war das nicht gehen da stimmt diesen bei mir auch um warum kann ich hier nichts dann gehe ich jetzt in standby modus das ist die mühlichkeit glaube ich nur einfach nur energie die ist ziemlich durchlaufen warum ist sie beim bruder so hast du gepennt ich und ist einfach ein tier scheint einfach wieder dreckig mit glatze jungs irgendwo ist mir ein palmendorf offen bruder bei mir ist in der mitte oder das recht ja da ist noch hier außen ist ja noch gar keiner ist ich kann da nicht dran wir nehmen noch nicht das war lassen hier fehlt noch ein seil wenn noch jemand ein seil hätte ich habe ein seil aber das ist ein notfall wohin mache ich steht steht habe ich bin ich hergelaufen oder was wenn wir uns bananenblätter waren nein das ist jetzt alles fertig geworden vorher konnte ich da keine dächer drauf machen gewitter wo das gewesen ist also ich glaube ich muss mich gleich schlafen legen ja ja dann erhebt doch mal mit kurz sonst kann man die bitten gleich fertig ich bin an blätter oder alle bringen grundsätzliche letter der banane war das fällig war das fällig dass wir gewonnen an blätter nur noch bananenblätter lange stöcke und dann haben wir ein blätter du kannst du mal ein feinblatt da kann ich hier auf dem letzten noch machen aber hier müssen wir erst mal wieder noch stöckern dicks anschauen kann ich die auch schon machen holzscheit habe ich nicht aber die zwei holzscheit habe ich jetzt gleich mache du bist voll das tier wie hast du in der hand hast du einen langen stock und damit hast du damit hast du den baum gefällt mit dem mit dem langen stock stein dran halten langer stock christ immer zwei stück aus diesen dünnen bäumen jemand hat egel oder so an sich wieso er weiß nicht weil er wird geflucht ich habe geflucht aber das war glaube ich wegen ausdauer alle okay das habe ich auch ich habe einen langen stock lass mich durch ja gut hier draußen hier vorne an der tür ich konnte nicht widerstehen und das dach machen der hat geblinkt ich konnte nicht anders ich hole noch ein ist ja kein thema ich habe keine seile ich habe seile ja musst du dich habe ich schon nein spaß das dach ist nicht die bananenbäume fällen sondern es gibt so klache pflanzen aber darauf wächst doch bestimmt ich finde es nicht gut dass wir überhaupt irgendwas kaputt machen können wir das nicht alles heile lassen wir machen nichts kaputt wir recyceln ja direkt an die umwelt jungs so langsam wird ein schul raus oder ein haus oder so weil es schon sehr schlecht er geht hat er hat nur eine folge geht dort spaß ne zwei so jetzt dach zu ja man ein bett fertig gemacht noch palmen dings fehlen ein bananenblatt nein erst mal eins lecker aber hier drin liegt da eins warte hier ist ja sehr gut also ich habe das gefühl dass das bananen doch eigentlich besser ist ich glaube ich glaube nicht sollte alles da sein wir können uns jetzt eigentlich in die vier betten ja cool ja ich gehe hier vorne noch die kinder in der ecke zwei von vier spieler schlafen doppel belegung geht ihr von vier spieler schlafen ist ja wenn wir bis halb acht oder man so richtig ausschlafen kaum komplett durch bis übermorgen bis heute noch richtig ausschlafen ja stimmt oh das ist stark lagerfeuer ist alle da ist jetzt kohle ist alle ja ist weg ja guck die kohle brauchst du um lehmhäuser zu bauen dann unbekannter pilz ich trau mich nicht den zu essen muss mich waschen gehen eigentlich keinen parasiten wenn du auf die uhr schaust des grünen fett oder parasiten nein und dann ich gehe mal ein bisschen angeln ich meine fische aufspießen ich wollte darauf springen gibt es eigentlich was zu sammeln weiß nicht vielleicht wo es da hinten auf der anderen seite seest das ist eine oder die abbauung kannst recht okay mach ich aber kann man die schnecken kann man auch grillen glaube ich ne viel zeit ist auch schon gesammelt ne ja ich habe es genau soll ich vielleicht mal jedem so ein bandage geben ist wahrscheinlich nicht verkehrt ne ja wenn ich schlecht ja guck mal her ich glaube einfach mal für jede bandage hier ich bin im haus hier wie könnte man noch mal hier vorher herstellen trockenen blatt und was noch du brauchst zwei stöcker daraus machst du diesen bohrer oder nester ich versuche nochmal fische zu jagen ja irgendwie war hat keiner da schlafen aber muss nur ins wasser gehen und schön ja ja ich gucke nach kokosnüssen kokosnüssen hier sinkt einer echt trockenen blätter oder paranoid oder so die trockenen blätter hängen an den links dran den bäumen manchmal dran einfach da musst du baum ja die ist wirklich so ein typ mein gott hat auch letzt mal das klappt mit dem fisch wo mein meister aber ich habe keine axt das sagte deine szene tibu ich ja dass der da ist ich muss weg oh lol irgendwie mit stein kommt rüber an die beschützung doch doch der kommt jetzt gleich na oder ordentlich wo sehe ich denn die szene t das ist eine junge frage unten links oder ist ja der kopf und wenn der voll ist ist okay ich glaube also glaub also ja wenn er genau wenn das rundherum glaube ich sinkt das ist bei mir auf jeden fall aber ja eigentlich noch keinen grund gehabt warum das ist ja deswegen ja dann haben wir gepennt aber ich habe auf jeden fall durst und grün dieses grüne ich glaube fette ist das ist auch total lobe da müssen müssen essen ab und zu hat müsli ich habe müsse wisse haben nee lass mal sind an den müssen nachschauen ich habe dann muss allergie wenn das feuer alles mal die schnecken drauf keine schnecken stecken sind nicht gut schnecken sind mega gut wenn es roh nicht aber auch gekocht nicht nein das müssen sie sich ja auch als nicht lecker ich mache jetzt noch mal ich mache noch ein feuer hier oder nicht sagst du dazu nicht so dass man nicht mit durchlaufen kann okay das ist ein problem dann muss lieber außerhalb der innerhalb der bude zum kochen und das andere weil sie wird ja auch kochen aber zwei flächen sind viel zu wenig zwar macht es halt irgendwo noch weiter rein oder außerhalb oder ich weiß nicht aber so da teilt man noch vernünftig die hütte rein und raus gehen kann ohne durch das feuer laufen zu müssen auch mal irgendwas gerade fertig zufällig trinken oder so passt gleich wieder fertig ja nee zum feuer gibt aber auch geistige gesundheit das ist doch nicht verkehrt mein zustand ist nicht gut muss was trinken was essen ja muss ich eigentlich jetzt auch ja jetzt könnte das gute sich für direkt wieder auf dem wasser na gut so guck ich mir das da kannst du den anderen auch noch wegkau'n ok fette ist halt richtig für den arsch doch proteine proteine gibts hier oben jetzt hier noch eine feuerstelle neben unserer hütte ich packe jetzt wieder die ganze hütte aber warte ich geh unten ans wasser wenn wir das nicht anhören müssen kleine stöcke ich denke noch mal ein paar schalen hin wenn du stöcke brauchst hier oben jetzt ja 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 hier liegen auch ein das ist gleich noch so ein feuer du hast hier essen hier geben können alles gemacht also ne passten ich hab alles voll ja ok naja meiner braucht trinken jetzt trinken trinken, trinken, trinken pfeilen, neuer eintrag ist gut dass wir alle die einträge kriegen sobald jemand ja ok das stimmt gerade dass es nicht wie weiße forest ist dass auch jeder loot doppelt da ist ist doch die scheiße fallen junge papagei suppe lecker papagei suppe war geil getötet der lag wirklich haben ihn aufgesammelt dann ist er bestimmt noch gut ja ja auf jeden fall wer will die magensuppe 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 ich hab schon danke dachte man es jetzt ich brauche noch ein bisschen was ich komme rein da ist die magensuppe da ist die magensuppe in verwendung nein ach so weil ich da drauf gucke glaube ich 8 proteine 10 hydrationen mir ist zwei geistige gesundheit gibt die magensuppe naja aber wenn du am feuer stehst du kriegst das wieder machen wir jetzt ein paar schnecken hier am feuer wie ist dann eigentlich schon wieder passiert dass er schon wieder sein eigenes ding macht weil ich hunger habe und es sind noch nur zwei stellen oben guck mal das schafft das hast du nicht mal eine person mit dazu machen dann habe ich gesagt mach noch ein feuer du brauchst mir nicht eine große oder nein es gibt doch eine große geht leider nicht nein naja muss man glaube ich erstmal lernen oder so das ist jetzt halt erstmal das basic shit den wir brauchen um die nächste durchpinnen zu können deswegen haben wir das hier erstmal jetzt so gebaut und dann können wir mal weiter gucken geht jetzt als nächstes an die lehm geschichten dran dann können wir mal gucken ob wir da was krasseres bauen können richtig krasse scheiße oh ne maus alter gefunden geil da kann man tot hier auf dem brunen lecker apfelschnecke ist bestimmt gut keine mitte ja genau hast du gefunden oder was oh gott ich hab bananensamen jetzt hergestellt ja wenn ihr die auseinandersetzte bananen dann kannst du das pflanzen kannst du pflanzen kannst du pflanzen auf dem bätschlauf ich glaube der bruder ist irgendwie ein bedrängendes ich glaube ich war kurz im bedrängnis aber dann habe ich ihn richtig gegeben natürlich blöd im regen geht das feuer auch so wieder aus deswegen haben wir es ja in der überdachung richtig und deswegen wolltest du auch da rein machen aber du hast gesagt ich soll es nicht machen ich hab gesagt mach es da rein wenn du einen vernünftigen platz findest wo bist du hin alter mit der blume kann man aber auch nichts machen ne ist einfach nur noch nicht wobei die es getrocknet vielleicht kann man die zum feuer machen ich habe unbekannte pflichte gefunden ist die aber nicht ich habe es gemacht war nicht gut welche farbe hat man rot da bist du doch ich brauche den rest alter willst du mich verarschen ich brauche den bruder in den dschungel aus dem moment jo ich habe den spiel 18 mal getroffen oder so das steht einfach nicht vielleicht ist das ein npc nein es ist ein jaguar vielleicht ist ein jaguar npc das kann sein ja der quest gibt ja ich komme auch wieder zurück alter unbekannte zwiebel wird erstmal mitgenommen kommt hier rein ich frage mich was man noch mit diesen schuppen machen kann noch ein züngler schuppe von dem fisch die ja keine ahnung schnell wieder verarbeiten ich habe versucht hier zu kombinieren aber so ging nicht ja kann man doch irgendwie seile herstellen anders als von diesem bäumen oh gott ich bin tot Budo, mach keinen Scheiß Ich bist so dead Budo died Geistige Gesundheit minus 20 Und die Zwiebel einsammelt, aber der Jaguar kam auf einmal wieder an Minus 20, hab ich bekommen Ja, ich auch Geistige Gesundheit bekommen Jetzt sieht man auch links unten, dass der Kopf Ich bin voll, also ich weiß nicht, was dir hat Mir geht's nicht Also wahrscheinlich packen wir doch irgendwann ab, wenn wir wenn die Leute zu oft sterben Ja, das war ja irgendwie auch schon klar Was ist jetzt mit dem Fisch da unten? Was für ein Fisch? Ja, du wolltest ja Fisch barmen Ich versuch's, aber Dann zeig ich dir mal, wie der Profi das macht Letztes Mal, also schon mal irgendwie direkt einen erwischt, aber So nicht, guck mal, komm mal her hier Du gehst hier hin, hockst dich hin Wartest kurz Und dann BAM Kann man irgendwie Seile craften Habe ich gerade schon gebracht Aber die sind keine Fische, Sascha Nee, eben, das sind nur so ganz kleine Nee, kannst du glaube ich nicht Schlecht, wir haben keine mehr Fuck, wo sind sie hin? Ja, eben, das sind nur diese kleinen Und die kannst du nicht Die richtigen Fische sind nicht hier Ich hab die gefarmt, aber gefangelt Also gesperrt Hier sind welche Ah, die ändern vielleicht die Position Hier sind die Ich hab aber jetzt Apfelschnecke, die fertig gegrillt ist Ach, da ist einer Ja, ja, ich seh einen Komm her Hey, auch rumzuplanschen Ja, der Arm zu kurz Ach ja Soll ich wieder einsammeln, Bruder Oder wird das jetzt Ja, ja, ich hab die Okay Eingesammelt Okay, die Schnecken bringen nicht viel Hier, Mann Boah Ähm, was soll ich jetzt noch machen? Ach ja, Apfelschnecke Ach ja, Apfelschnecke Warum laufe ich jetzt so langsam? Hä? Was hab ich gemacht? Weiß nicht Guck mal, wie langsam ich laufe Oder ist das normal? Ne, jetzt normal Läufst du eigentlich normal Alles gut Normal, normal Warst du vielleicht gehockt oder so? Ne, keine Ahnung So War ein bisschen weird Meine Güte, ich bin schon wieder so müde Ich glaub, es liegt einfach daran, dass mir fette fehlen mir komplett Ist auf Null Mann, mir geht's Wie seid ihr so fett geworden? Also wie funktioniert es bei euch, dass ihr das nicht braucht? Na eigentlich nur Nüsse, ne? Und Kokosnüsse, ja Habe ich alles noch nicht gegessen Stell mal an zwei die Maden Ihr habt Kokosnüsse gegessen? Ja Kannst du auch machen Was mit dem Fisch? Äh, der ist hier unten gleich fertig, der eine Mit dem Fisch? Ich esse den jetzt Ne, nein Es gibt Energie, Proteine Geistige Gesundheit geht auch hoch Ja, anscheinend richtig gut Na wegen dem Feuer, auch Wenn du daneben stehst, ne? Ja, willst du das andere Stück haben? Dann ist fertig Lass ich den nehmen Ja? Ich mach jetzt hier nochmal Ey, so nicht gut Ja So nicht gut Das musst du mir dann geben Okay Immer eine Schale lieber Oder beziehungsweise hier Kriegst auch zwei Schalen Was mach ich damit? Ja, Wasser auffüllen Das Ist hochwertiger, das Essen Hm, okay Wenn das gekocht ist Ey, wir haben die ganzen Fische eliminiert Ah, was ist los mit meinem Typ, Alter Der ist schon wieder durstlich Was schön den ganzen Wald ausrotten Ja, ja, genau Ich schwimme mal rüber Ich wollte ganz sagen, ich schwimme hier auch mal rüber Oh, Seerose Pflück ich Seerosenblüte MWD kannst du auch einsammeln Damit kannst du, glaub ich, Tee oder sowas machen Oh, die kann man auch so essen, aber ist nicht so gut Ey, du haust einfach alles rein Ey, du kennst mich doch Das wär Das wär nicht anders Ja, austesten Muss man So, Leute Ei, Leute, es gibt Omelette Wollt ihr noch was machen in der ersten Folge? Oder Wir sind für eine Folge doch schon ganz weit gekommen Wir haben ein Dach über am Kopf, wir können pennen Wir haben Budo schon einmal gestorben Wir haben fast alle überlebt Ja Ein bisschen Grundlage, was das Essen angeht Oh, danke Die kannst du essen Nice Die liegt ne Steilklinge, wieso Das ist meine, kannst du ruhig nehmen Warte, ich will auch Hier, kriegst du auch was, Budo Warte mal Alter, geil Oh, ich bin voll Alter, aber du hast nicht wenig Energiemäßig im roten Bereich Ich glaub ich muss mich fragen Kein Wunder, wenn du da schwimmst In dem Ding Aber Blutinkel sind gesund, hab ich gehört Reinigen das Blut Richtig Ja, das stimmt Insofern Aber ich glaub wir sind durch, ja Ich glaub wir sind durch Ja Ich lauf noch kurz und leg mich schlafen Und dann Ja, komm ich auch Kann man ein Nickerchen, oder? Ist ja mit nem Tag, glaub ich Ja, stimmt Nickerchen ist gut Alles klar, Leute Dann Reingehauen und bis zum nächsten Mal Tschüss